Der Vater hat eine Mutter. Ach, so bleibe. Die Frau sieht doch scheiße aus, oder? Besser als sie. Ist das deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Shopping Freak. Shopping Freak. Shokping Freak. Shopping. Shopping Freak. Das ist da vorne deine Mutter. Sah die Frau da vorne nicht scheiße aus? Welche? Da vorne, die mit den weißen Haaren. Sie sieht super aus. Sie sah komisch aus, wenn die warm sind, aber nicht scheiße. Nicht scheiße? Nee. War das deine Mutter oder was? Nee. Nee, hab gedacht. Du schon wieder. Da vorne. Ich gehe vielleicht auch. Du schaust doch einen einfachen Fest. Das ist ja. Boah. Ja, das ist ja genial. Ich habe dich hier. Ja, doch, du hast ja recht. Ja, ich habe dich gerade an den Asign. Hielt er mir auf jeden Fall. Überholt hat sie mich noch nicht. Ist das deine Mutter? Ja, wenn ich lache, dann geht meine Kleber. Wenn ich lache, dann habe ich heute Abend schon mal eine Idee. Ist sie noch da oben? Was macht ihr da? Sieht die Frau nicht scheiße aus? Nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Shoppen! Immer Shoppen! Untertitelung des ZDF, 2020 Shoppen! Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht die Frau nicht scheiße aus? Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das deine Mutter? Ja! Sieht die nicht scheiße aus? Ach, ihr seht aber scheiße aus! Bitte! Hier zum Weitershoppen! Sieht die nicht scheiße aus? 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 Ich nicht! Sieht die nicht scheiße aus? 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 Ja! Das sind die guten Teuren. Und noch Frucht. Das ist ja schon mal gar ein Shoppen bis zum Tod. Steht bei dir hinten auf der Tasche drauf. Ehrlich? Das ist geil. Ich wollte ja Blut... Shoppen im Blutrausch wollte ich ja haben. Mir ist kalt hier. Ich will mal da rein. Ich geh da jetzt mal rein. Mir ist das zu kalt hier. Weiß ich nicht. Ich geh da mal rein. Mir ist zu kalt hier draußen. Ich geh da mal rein. Mir ist zu kalt hier draußen. Mir ist das gleich an die... Oh... Mir ist das gleich an die... Jetzt hast du auch den richtigen Mann dabei gehabt. Jetzt hast du auch den richtigen Mann mit rein gebracht. Ein Ehemann. Der, der gerade neben mir her lief. Mit dem blauen Ding da. Völlig zugegrünt. Er wartet doch mal bis unsere Kollegin da ist. Die ist nicht so. Das ist nicht so. Wir sind nicht so. Das ist nicht so. Ich bin zu ihm. Deine Mutter! Vielen Dank. War das da vorne deine Mutter? Nein, sag ich nicht scheiße aus. Schau dich nicht scheiße aus. War das deine Mutter da eben? Nein, sah die nicht scheiße aus. Ich will Nintendo haben. Lass uns mal zum Nintendo Stand gehen. Mama, lass uns zum Nintendo Stand gehen. Alter, wie lange bist du schon tot? Du hast zu lachen. Ich will ein Nintendo haben. Lass uns zum Nintendo Stand gehen. Nintendos shoppen. Sieht die Frau nicht scheiße aus? Ich will. Ich will. Mach mal ein Foto von deiner Mutter. Ich will. 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 Schau dir. Hier zum Weitershoppen, bitte. Sah die Frau nicht scheiße aus. Die Frau nicht scheiße. Die Augen hier schreckt sich. Wer von den beiden ist denn deine Mutter? Das ist die Mama. Hier weiter shoppen. Auf eine. Immer weiter shoppen. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank. Hier, weiter shoppen. Immer shoppen. Deine Mutter kommt gleich die Rolltruppe runter. Da oben steht sie. Guck mal, da geht's. Mama Nintendo, kauf mir Nintendo. Kauf mir ein Nintendo. Ich will Nintendo haben. Kauf mir ein Nintendo. Ich will jetzt sofort Nintendo haben. Nintendo ist immer gut. Und die eine, ich will schlecht trauen. Oh, sieht ich scheiße aus. Wieder. Von den beiden hässlichen aus oder nur von mir? Das ist doch schön! Hier, weiter shoppen, immer weiter shoppen! Kommen Sie mit, wir nehmen Sie mit! Deine Mutter? Ja! Habe mal ein Foto von ihr! Das ist mit Mama! Das ist mein eigenes Dach! Haben Sie ein Foto von uns gemacht? Ja, Video! 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 Hast du meine Mutter gesehen? Liegt dran, wie ihre Mutter ist, ne? Ja, gerade eben die Hübsche! Mit der weißen Perücke! Ja! 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 Ja, da kannst du wieder beten! Du hast neun Fotografen.